Ja, jetzt schauen wir mal, was hier so geht. Ich bin ja echt nicht so der Sniper, muss ich gestehen. Aber ich habe da jetzt irgendwie, nachdem die vorher so geohnt hat, habe ich immer so auch das Verlangen auch zu ownen. Und da merke ich, klappt gar nicht und dann wechsle ich auch nicht. Also ich habe mal echt schon ganz gut mit der gehabt, aber mal halt auch nicht. Ja, schön, kein Support. Dass einer von den beiden dann mal ein Support nimmt. Ach, wir sind jetzt aber in einem anderen Match, ne? Das sind ganz andere, ja. Naja, das ist nicht mehr das. Der Tod ist unter euch. Ich sehe, was was gut ist. Was ist dein Aim-Bot? Was ist dein Aim-Bot? Hat sie gesagt? Ja. Ich sehe, was was du nicht siehst. Ich sehe, was was du nicht siehst. Anglas-Phase, wir gehen in 30 Sekunden. Hat hier Diva gerade ein riesengroßes Herzchenkopf gemacht? Ja, ja, ja. Sau lässig. Also ich finde, die Charaktere sind echt richtig gut. Und ich meine, Blizzard kann einfach Charaktere und Wahnsinn. Das ist echt richtig gut. Kann man nicht anders sagen. There should be a dancing mode. So true. Na, das ist wohl wahr. Auge Heilung. Ich bin so der schlechteste Sniper der Welt. Ich habe schon mal einen Turm zerstört. Ich habe schon mal einen Turm zerstört. Hehehe. Euer Christian. Nicht erwarten. Kommt mal raus. wo sind sie denn ich weiß nicht irgendwie gefühlt greift sie nicht so hart an wird das was ich erwarten würde okay zieht mich dran und stirbt natürlich gut dass er den den nahe kämpfer anzieht ja genau kommt er noch ein rege her und stirbt was macht das mit sinn aber du hast ihn gekippt oder ich habe meine ulti werde ich dann vielleicht gleich einbauen und dann geht es weg naja bis jetzt gerade liefst ganz gut muss ich sagen nein das war so ein blöder turm zwei aber weggeholt zwei habe ich gekillt nämlich direkt in den turm ich muss gleich den champion wechseln da bist du ultimative fähigkeit bereit er macht seine ulti für einen kill was sind das sind für leute ich verstehe das also manchmal ich muss meinen champion wechseln er bringt sie keine punkte gerade sollte mal jemanden nehmen wie den oder fara, fara wird eigentlich auch umziehen Ich bin halt der schnitteste Sniper der Welt. Geschützt voraus, Vorsicht. Schon viel besser. Geschützt voraus, Vorsicht. Oh, jetzt kommt sie aus dem... Jetzt... Wir haben Geschützung zerstört. Sehr gut. Ja, ich bin grad hinten recht fleißig. Wir gehörten mir. Nein, 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 der Pisser. Wenn ich nicht so schlecht geschossen hätte. Scheiße. Geschützt voraus, Vorsicht. Da bin ich wieder. Vor mir kann sich niemand verstecken. Feingeschützt neutralisiert. Du bist ja ganz unverfahren. Feindliches Geschützt voraus. Feingeschützt neutralisiert. Ach, diese, warum geht denn keiner auf die drauf? Ist doch egal. Weißt ja, die... Nehm den Punkt ein. Ist egal. Das sind Leute. Oh, meine Ulti ist fertig. Nein! Ja! Jetzt macht's das! Komm, komm 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 Siek! Gerade wo ich meine Ulti archiviert habe. Mit dem schlechtesten Sniper der Welt, aber egal! die nato die mag ich auch die super cool wenn du die kannst dann geht die richtig ab das war eine gute mine die war echt gut da wirklich ganz klar längst der killstreak das war echt cool die über die werden was schreibt auch nach du was nice und ja nice runde